Viele Produkte der Creative Suite 4 bieten bereits von vornherein den Support für die Erstellung von R-Anwendungen. Dazu gehört auch Flash CS4, mit dem Sie R-Anwendungen direkt aus Flash erstellen können. In diesem Film erhalten Sie eine kurze Anweisung dazu. Viele Produkte der Creative Suite 4 bieten natürlich schon von vornherein den Support für die Erstellung von R-Anwendungen. Und dazu gehört natürlich auch Flash CS4. Und schauen wir uns das hier einfach mal kurz an, weil das ist hier sehr elegant gelöst, wie ich hier eigene R-Anwendungen erstellen kann, halt aus der Flash-Entwicklungsumgebung CS4 heraus. Und ich bin hier gerade in CS4 und sage, ich möchte jetzt hier mal eine neue Flash-Datei erstellen, habe hier drüben meine Eigenschaftsfenster, kann jetzt hier auf Bearbeiten gehen und stelle das mal hier ein bisschen um, also sage ich mal 400 mal 300 und habe jetzt hier meine Bühne, auf der ich halt Sachen veröffentlichen kann. Ich tue ja mal kurz einen kleinen Text hin, also my first air application und bestätige das hier kurz. Und habe jetzt hier einfach einen ganz einfachen Film, wirklich hier mitten im Textfeld. Was muss ich tun, damit dieser Flash-Film, diese Flash-Anwendung hier ja zu einer R-Anwendung wird? Und das geht hier drüben über die Veröffentlichungseinstellung, also Einstellungen für Veröffentlichung. Da gehe ich jetzt mal hin und das kennt ihr vielleicht schon, aber hier im Flash-Tab gibt es bei der Player-Auswahl jetzt auch Adobe R 1.1. Und so wie ich das hier umstelle, reicht das schon aus, wenn ich jetzt hier auf OK bestätige, dann wird automatisch, wenn ich meinen Film teste hier, eine R-Anwendung getestet. Das heißt, hier kommt sofort meine R-Anwendung, meine first air application hier in einem System-Chrome-Fenster. Also sofort habe ich Support für R-Applikationen und ich gehe jetzt noch mal kurz hier in die Einstellung zurück und wir schauen uns das noch mal ein bisschen genauer an. Ich kann also hier über die Einstellung für die Veröffentlichung wieder gehen. Ich kann jetzt hier sehen, was gibt es für unterschiedliche Einstellungen. Also hier zum Beispiel der Dateiname, der Name meiner ID hier, die Applikations-ID, eine Beschreibung, ein Copyright-Hinweis, welches Fenster-Design ich benutzen möchte und auch natürlich, und das ist sehr angenehm hier, sofort der Support für meine Application-Icons. Also hier kann ich sehr einfach auswählen die unterschiedlichen Größen und kann die hier gleich referenzieren. Über Erweitert kann ich hier die Einstellung für Dateitypen vornehmen, meine initiale Höhe, Breite, ist es maximierbar, minimierbar, Installationsordner und vieles, 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 vieles mehr. Wenn ich hiermit abgeschlossen habe, kann ich jetzt hier unten die R-Datei veröffentlichen. Ich kann aber auch jetzt hier noch mal auf OK gehen und kann mir natürlich auch die Sachen hier drüben anschauen. Das heißt, ich gehe hier noch mal in das Menü und kann hier direkt auch über die R-Einstellung hierhin gelangen. Ich werde jetzt einfach mal die R-Datei veröffentlichen und jetzt fragt er mich natürlich wieder nach meinem Zertifikat. Ich habe hier schon mal auf dem Desktop mir eins angelegt, das V2B-Zertifikat. Ich öffne das mal. Das Passwort ist V2B. Ich merke mir das mal für diese Sitzung. Sag OK und jetzt könnte sozusagen die R-Datei veröffentlichen starten. Und er sagt jetzt OK, ich habe für dich eine R-Datei erzeugt und kann jetzt halt wie gesagt dieses R-Package doppelklicken und dann damit arbeiten. Du siehst also innerhalb von Flash CS4 eine sehr schöne und einfache Integration aller R-Funktionalitäten, die du brauchst, um Desktop-Applikationen zu entwickeln.